Das folgende Video wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Moin zusammen und willkommen bei einem neuen Video hier bei Schwungvoll und ihr seht hier schon unter der Tarnkappe ist versteckt ein Kia EV6 und den gucken wir uns jetzt mal ganz genau an, auf das Auto sind nämlich ähnlich viele Menschen heiß wie auf den Ioniq 5, also lasst uns mal das Geheimnis lüften. Bis zum nächsten Mal. So, da ist er also, der Kia EV6, hier in der Ausstattung mit Heckantrieb, das heißt 168 kW am hinteren Antriebsrad ist ja die E-GMP Plattform von Hyundai und somit 229 PS ca. Das sind übrigens dann ziemlich genau 10 PS mehr als der Ioniq 5 hat, der ja auf der gleichen Plattform steht. Und, nice fact am Rande, der EV6 hat 77,4 kWh Netto Batteriekapazität, Brutto sind 82,5. Die 77,4 sind aber tatsächlich auch das, was der Ioniq 5 als Bruttokapazität hat, da bleiben dann nachher irgendwo um die 72,1 Grad. Das heißt, der EV6 hat tatsächlich etwas mehr Batteriespeicher als es der Hyundai Ioniq 5 hat. Das hilft auch, dass er eine Reichweite nach WLTP hat von 420 Kilometern. Auch das ist etwas mehr als der Ioniq 5 bietet. Das Ganze zu Schulden aber natürlich auch der Aerodynamik, die ist nämlich hier beim EV6 doch noch ein bisschen mehr hervorgehoben und das gucken wir uns gerne mal eben an. Ihr seht das zum Beispiel hier an den Türgriffen, jetzt aktuell ausgefahren. Ich mache das Fahrzeug mal eben zu und dann seht ihr, dass die Türgriffe ähnlich wie bei Tesla komplett in der Karosserie verschwinden. Ich kann jetzt hier auch wie bei Tesla reindrücken und sie so rausfahren. Wenn ich aber das Auto öffne, fahren sie automatisch raus. Die Aerodynamik kann man auch beim EV6 vorne am Frontbereich gut erkennen, dass hier sehr viel Wert drauf gelegt wurde. Sehr, sehr flach, auch die Scheibenwaffe flach, alles hier geschlossen. Selbst hier unten ist das geschlossen im Bereich. Der EV6 legt deutlich hier den Fokus auf eine sehr, sehr windschlüpfrige Form. Anders als beim Ioniq 5, wo er so ein bisschen der, wie soll ich sagen, der Retrofaktor vielleicht anzählte. Ne, das ist beim EV6 nicht der Fall. Gerade im Vorderbereich, ich zeige euch das Fahrzeug nochmal eben hier aus dieser Perspektive, sieht man schon, dass er sehr breit, aber auch sehr flach irgendwo steht. Das sieht man vielleicht auch nochmal von der Seite hier aus dieser Richtung. und natürlich in der totalen. Das Fahrzeug ist dann doch deutlich aerodynamischer gebaut, als es der Ioniq 5 ist. Wem übrigens der Kia e-Niro ein bisschen zu konservativ geraten ist, der findet hier im EV6 eine Herausforderung. Das Fahrzeug polarisiert allein mit der kompletten Lichtleiste im hinteren Bereich hier, mit einem sehr glatten Heck, mit dem neuen Kia Logo hier jetzt in Schriftform. Das fällt schon sehr, sehr markant auf. Oben am Dach haben wir dann hier dazu eine große Abrisskante. Auch die ist natürlich der Aerodynamik geschuldet. Ansonsten ist das Heck natürlich etwas, was beim Kia EV6 immer polarisieren wird. Hier dieses Fahrzeug ist in der GT-Line Ausstattung. Das heißt, das seht ihr unten zum Beispiel an den Einlegern. Hier in schwarz getönte Scheiben hat er. Hier der schwarze Einleger auch in der Seite. Hier sieht man sehr, sehr schön, wie die Rückleuchten in diesem Bereich runtergehen und dann schön hier in diese Seitenapplikationen übergeht, als wenn es eine gerade Linie ist. Das finde ich vom Design her sehr, sehr schön. Übrigens gefällt mir das Fahrzeug in Weiß auch sehr schön, weil eben die Kontraste zwischen Schwarz und Weiß hier sehr gut zur Geltung kommen. Ich habe es eben schon erwähnt. Der EV6 steht auf der e-GMP-Plattform von Hyundai-Konzern und damit lädt er natürlich auch hier mit CCS. Und aufgrund der 800 Volt Basis, auf der er steht, kann er mit CCS bis zu 250 kW laden. Damit ist auch ein EV6 aktuell nach Wording in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen. AC lädt er dann mit 11 kW. Das ist eigentlich so der aktuelle Standard. Das kennt man schon eigentlich von allen Fahrzeugen, die jetzt so neu auf den Markt kommen. Ladeklappe, habt ihr gerade gesehen, ist über einen Touch-Sensor hier zu öffnen und dort geht sie dann wieder zu. So, gucken wir uns mal den Kofferraum an. Viele sagen jetzt, dieser Kofferraum ist tatsächlich kleiner als der vom IONIQ 5. Ich finde ihn optisch schon mal größer, aber allein durch diese flache rücklaufende D-Säule, die sehr, sehr flach läuft, kann man natürlich hier nicht so hoch packen, wie es eben im IONIQ 5 der Fall ist. Hier haben wir noch eine zweite Ablage für zum Beispiel in diesem Fall das Tirefit. Aber man kann hier natürlich auch Ladekabel mit reinlegen etc. Da ist doch einiges an Platz geboten. Ich finde auch die ganze Kofferraumpartie hier ein bisschen aufgeräumter als beim IONIQ 5. Das ist natürlich dem geschuldet, dass die Rückbank nicht verschiebbar ist und dadurch habe ich hier zwischen dem Ladeboden und der Rückbank eben nicht diese Krümelkiste, wo da wie so ein kleiner Graben teilweise beim IONIQ 5 entstehen kann. Aber auch das Material hier von der Auswahl ist, das muss man mal gucken, ob ich das jetzt fokussiert kriege. Ich kriege es natürlich nicht fokussiert, aber es ist definitiv hier ein bisschen genabt. Das ist zum Beispiel beim IONIQ 5 nicht der Fall. Dort ist es babyglatt und in Grau. Schwarz sieht dann doch immer ein bisschen hochwertiger aus. Ja, die Sitze, die lassen sich von hinten auch umlegen. Ich habe hier diesen Hebel, damit kann ich zum Beispiel die Sitzbank umlegen. Auf der Rückbank haben wir jede Menge Platz. Wer jetzt ein bisschen mehr Platz braucht, zum Beispiel im Kofferraum, der findet hier unten einen Hebel. Mit dem kann man dann die Lehneneigung einstellen. Das versuche ich euch mal eben zu zeigen. Das ist natürlich nicht ganz so leicht, wenn man es jetzt hier alleine macht. Aber ich setze mich mal eben rein. So, und jetzt seht ihr, dass ich die ganze Lehne etwas steiler gestellt habe. Das fällt zum Beispiel auf, wenn man jetzt in der hinteren Sitzreihe nochmal sieht, also die daneben ist. Umgeteilt in zwei Drittel, also umlegbar in zwei Drittel Einteilung, ist man schon gewohnt. Aber was der EV6 auch hat, und das möchte ich euch mal eben zeigen, weil das ist tatsächlich leider immer seltener geworden. Das ist hier nicht die Durchreiche, sondern das hier. Der, ich sag mal, früher hat man dazu Skisack genannt. Aber es ist eben die Möglichkeit hier, zum Beispiel seine Skier durchzulagern. Das ist immer weniger geworden. Leider, ich weiß auch nicht warum, der EV6 hat es. Ja, ich mache es mir jetzt hier auf dieser Armablage gemütlich. Setze mich mal hier ganz geschmeidig in die sehr, sehr bequemen Sitze. Das sind ja so ein bisschen Stoff mit Kunstleder an der Seite. Kopffreiheit habe ich einiges. Seht ihr hier, also ist natürlich dunkel. Was natürlich nicht ganz so schön ist, natürlich ist es nicht, es ist nicht ganz so schön. Das ist der Platz unter den Vordersitzen. Also Beinfreiheit habe ich natürlich genug. Der Sitz ist gerade noch in der Easy Entry Einstellung. Das heißt, der ist schon nach hinten. Und ich habe trotzdem noch hier so viel Beinfreiheit. Aber was ich eben eingangs sagte, das ist das hier mit meinen Füßen. Die passen jetzt mit meinen Sportschuhen hier noch gut unter. Was nicht geht ist, wenn ihr dann immer eine Winter Moon Boots tragt oder sowas. Das ging zum Beispiel beim Model Y perfekt. Das ist ja wirklich eine Höhle gewesen. Hier wird es dann tatsächlich eng. So, ansonsten EGMP Plattform steht natürlich für eine Reihe in der Elektroplattform. Das heißt, wir haben in diesem Bereich komplett einen durchgehenden Boden, keinen Mitteltunnel. Und ich kann mich dann hier auch mal so hinlümmeln, ohne dass hier irgendwas in der Mitte stört. Übrigens wurde auch an den Komfort der hinteren Passagiere der zweiten Reihe gedacht. Eine Sitzheizung gibt es mir hier auch, zweistufig einstellbar. Das ist nicht immer vorhanden. Bei vielen Herstellern wird darauf verzichtet. Hier im Kia EV6 ist es vorhanden. Das ist ein weiterer Pluspunkt. Und natürlich auch die Ablagen hinten an den Sitzen sind vorhanden. Da passt dann nochmal alle möglichen Krams rein. Die Mittelkonsole mit den Becherhaltern habe ich euch ja eben schon gezeigt. Aber gucken wir uns doch mal den Fahrersitz an. Also da, wo der Pilot dann sitzen darf und das Fahrzeug bewegen darf. Dazu steigen wir mal eben ins Fahrzeug. Ich nehme euch mit rein. So, und ich mache mal eben Licht an. Das sind übrigens auch Sensorflächen oben. Einfach nur auf die Lampe drücken, die geht dann an. Wenn ich jetzt die Tür schließe, auch das ist schon fast gang und gäbe bei vielen koreanischen Herstellern. Habt ihr gehört? Der Sitz fährt dann in die eingestellte Fahrerposition. Das ist sehr angenehm. Sowohl beim Eilen, beim Aussteigen. Über mir ist übrigens, das seht ihr gerade, ein Glasschiebedach. Es ist nicht so ein riesen Glasdach, wie es zum Beispiel am Ioniq 5 verfügbar ist. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem bestellen, weil Licht von oben ist immer etwas, was ich bevorzuge. Habe im ID.3 ja auch das Glasdach extra bestellt. Im EV6 gibt es leider nur ein für die Frontpassagiere taugliches Glasdach. Aber sei es drum. Im Innenraum des EV6 gibt es dann natürlich hier erstmal Ambientebeleuchtung. Und dann gucken wir uns mal hier das ganze vom Fahrersitz aus an. Wir haben hier natürlich erstmal die ganzen Bedienelemente. Ich kann hinten die Scheiben sperren. Ich habe hier die Fansaver für hinten, für vorne. Die Einstellung für die Spiegeltüren öffnen und so weiter. Das ist alles hier in der Armablage in der Tür vorhanden. Hier habe ich natürlich noch die elektrische Parkbremse in dem Bereich. Hier den Stecker Release. Ich kann ESP ausschalten. Die Helligkeit, Intensität hier vom Screen einstellen. Und die Funktion Hold hier bei der Heckklappe, damit sie nicht zu weit aufgeht. Zum Beispiel in der Garage. Beziehungsweise ich kann sie von hier aus öffnen. Ansonsten haben wir hier zwei Memory-Schalter. Also ich kann mir das einstellen. Fahrer 1, Fahrer 2. Auch das ist immer gut. Das Lenkrad ist schon fast standardmäßig mit dem neuen Kia Logo hier an der Stelle. Wir haben hier die ganzen Geschichten rund um Tempomat und adaptiven Cruise Control. Hier unten können wir direkt den Drive Mode einschalten zwischen Eco, Sport und Normal. Und alles was hier geht, geht rund ums Display, um Radio, um Telefon, die Sprachsteuerung etc. Nice to know ist aber eigentlich schon typisch bei Koreanern. Er hat natürlich die Schaltpedals hier auf beiden Seiten, damit ich die Rekuperation einstellen kann. Finde ich sehr sehr angenehm immer. Und er hat natürlich auch die Funktion, dass wenn ich am linken Schaltpedal ziehe, bremst er runter bis auf 0. Dafür muss ich dann nicht einmal die hier vorhandene Auto Hold-Taste drücken. Übrigens hier ist der Fahrschalter ähnlich wie beim eNiro platziert. Ist aber sehr angenehm. In Summe auch alles arrangiert hier. Also ich habe meinen Arm jetzt hier abgelegt. Hier ist die induktive Ladeschale für ein Handy. Hiermit schalte ich die Park Distance Controller an und aus. Und hiermit kann ich auch zwischen den Bildern switchen. Das zeige ich euch gleich mal beim Parken. Er hat nämlich eine Bird View Kamera. In dem Bereich haben wir dann alles rund um Wärme und so weiter. Also sprich Sitzlüftung für Fahrer-Beifahrer-Seite. Wir haben Sitzheizung, Sitzheizung und natürlich in der Mitte die Lenkradheizung. Und wenn ich jetzt mal hier das Fahrzeug in Betrieb nehme, dann guckt mal eben hier drauf, was passiert. Da ist die ganze Klimaregelung plötzlich. Das heißt auch das sind alles Sensorschalter hier, wo ihr zum Beispiel die Klimaregelung hier einschalten könnt. Ihr könnt das Ganze natürlich synchronisieren oder getrennt voneinander betrachten. Ihr schaltet dann hier die Stufe ein. Das seht ihr. Driver Only hat er natürlich auch. Und Auto Climate. Regel du das mal selber. Auch das geht. Findest du da gut. Aus kann man das Ganze auch schalten, damit es hier nicht ins Mikrofon pustet. Und dort haben wir dann das übrigens gebogene Panel. Und ich finde es schöner beim EV6, dass der Rahmen hier drumherum schwarz ist. So, ich möchte euch jetzt mal eben ein bisschen was zeigen zu dem Interieur hier und vom System. Ist natürlich in einer ähnlichen Form alles aufgebaut, wie es eben auch beim IONIQ 5 vorhanden ist. Das muss einem völlig klar sein. Das sind Fahrzeuge aus dem gleichen Konzern grundsätzlich. So wie es auch dann der Genesis in GV60 sein wird. Die drei Fahrzeuge basieren ja alle auf der E-GMP Plattform. Und somit sind sie natürlich auch von der technischen Seite etwas baugleich. Wir haben jetzt hier übrigens 47 Prozent noch im Akku. Das seht ihr da unten. Und eine Reichweite von 222 Kilometer. Das heißt unter 50 Prozent. 222 Kilometer. Der kommt tatsächlich auf über 400 Kilometer Reichweite. Die 41. Da könnt ihr mal ausblenden. Das war aber, weil wir hier eben ein bisschen rangiert haben. Das Fahrzeug hingestellt haben. So. Und wenn wir jetzt hier auf den Hauptscreen gucken. Der, da muss ich sagen, bin ich richtig begeistert. Der ist nämlich richtig schnell. Ihr seht das hier, wie ich hier einfach so rumswipen kann und so weiter. Das ist wirklich fix, fix, fix. Wir haben hier so typische EV-Einstellungen. Habt ihr eben schon gesehen. Also Ladetimer kann ich programmieren. Hier zeigt er mir tatsächlich auch die nächste Lademöglichkeit schon an. Sagt aber auch, dass er 47 Prozent Akku hat und eben die 222 Kilometer hat. Energietransfer, da kommen wir später nochmal drauf. Da ist ein nettes Gimmick. Und wenn wir jetzt mal eben nochmal zurückgehen hier. Dann haben wir hier nämlich noch ein paar Einstellungen, die ich sehr funny finde. Und zwar war es bei allgemein. Wir haben, Quatsch nicht bei allgemein, sorry, bei Fahrzeug. Wir haben also die ganzen Assistenzsysteme, Tempolimit, Spursicherheit, Sicherheit vorne, Fahrkomfort, Smart Cruise Control. Er kann übrigens über den Schlüssel einparken. Am Schlüssel habt ihr so ein paar Tasten. Mal gucken, ob der das fokussieren kann, wenn ich euch den Schlüssel mal eben ins Händen halte. So, da. Und mit diesen Tasten hier könnt ihr das Fahrzeug dann, ohne dass ihr im Fahrzeug seid, einparken. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ein nettes Feature. So, dann haben wir hier noch den Todwinkelassistent und so weiter. Ist eigentlich nichts, ist normal, Standard schon fast. Head-Up-Display hat er natürlich auch das große. Könnt ihr euch überlegen, also hier Augmented Reality hat er natürlich. Ihr könnt euch anzeigen, was soll er euch alles anzeigen da. Die Position einstellen und so weiter. Kalibrierung nochmal durchführen. Die Inhalte, das wollte ich euch eigentlich zeigen. Also die Kurveninfo, Fahrkomfortinfo, Totwinkelinfo, alles. Das könnt ihr euch im Head-Up-Display dann einzeigen lassen. Sehr, sehr angenehm. Und was ich witzig finde, ist eigentlich, das wollte ich euch ursprünglich gerade mal zeigen. Ich bin ein bisschen drüber hinweggekommen. Motorsound. Ihr könnt, das ist tatsächlich nur für den Fahrer zu hören. Das heißt, nur im Inneren des Fahrzeuges wird hier ein Motorsound generiert, verstärkt, normal, sanft oder aus. Also ihr könnt das natürlich auch lassen. Und was ihr machen könnt bei den erweiterten Einstellungen. Ihr könnt sagen, Stylish, der natürliche und etliche Klang eines Elektrofahrzeuges. Dynamic, ein kraftvoller und dynamischer Klang für Elektrofahrzeuge. Cyber, ein futuristischer elektrischer Klang für Elektrofahrzeuge. Oder das Ganze auch in einer gewissen Weise individualisieren. Da geht es aber dann eher darum, dass ihr den Grundton aussucht. Wie soll er auf das Gaspedal ansprechen? Wie laut soll er sein? Und so weiter. Das seht ihr dann hier, was ihr gerade so ein bisschen rumgespielt habt. Ist natürlich eine Spielerei. Aber bei einem Elektroauto kann man das eben machen. Und damit definitiv einfach... Ja, ich finde es ein bisschen... Also es ist wie so ein Gimmick. So und Valid Mode habt ihr hier natürlich auch drin. Das ist auch was Neues. Dazu muss das Fahrzeug aber mit KIA Connect App verbunden sein. Das haben wir jetzt hier nicht natürlich. Navigation ist natürlich auch vorhanden. Wenn man jetzt zum Beispiel unter Letzte Ziele guckt oder so weiter. Ups, was ist denn da? Am Bullham 1 in Jever. Kennt ihr? Muss ich mal gucken. Als Ziel festlegen. Dynamische Routenführung wird angefordert. Online. Und Dada ist von hier aus natürlich ein bisschen näher dran, nach Jever zu fahren. Ihr seht, zwei Routen werden angezeigt. Und wir brechen das Döte jetzt mal ab. Wir bauen jetzt keine Route. So. Und dann wollte ich euch noch den Park Mode zeigen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Kamera gehen. Meldung nicht mehr anziehen. So. Dann seht ihr hier natürlich das Fahrzeug. Was ich ganz funny finde, ist diese Funktion hier. Pam. Wie geil ist das denn bitte? Also ich habe eben die Heckklappe aufgehabt. Deswegen hat er nach hinten natürlich diese komische Bild Richtung Himmel gezeigt. Vielleicht. Aber mit Heckklappe offen habe ich hier ein bisschen mehr Licht drin. Das ist ganz gut. Aber das hier ist natürlich richtig geil. Ähm. Sorry. Es ist die Spielerei. Es ist die Spielerei. Aber es ist verdammt gut. Jetzt seht ihr hier oben die Decke. Weil hinten die Heckklappe offen ist. Deswegen wird das Kamerball hinten ist falsch. Aber. Aber. Sorry. Wie geil ist das denn bitte? Was mich jetzt interessieren würde ist. Ob das Fahrzeug tatsächlich dann auch immer in der Farbe dargestellt wird. Wie es ist. Hier zum Beispiel ist kein Glasdach drin. Ähm. Es ist auch keine GT Line. Das seht ihr hinten an den Einlegern. Also hier ist grau. Die Heckklappe. Die Heckklappe. Hier ist weiß mit schwarzen Einlegern. Aber. Das Fahrzeug ist schon mal weiß. So wie dieses Fahrzeug tatsächlich auch weiß ist. Insofern. Ähm. Nette Spielerei. Und richtig richtig schnell. Muss man sagen. Also definitiv. Ich bin total überrascht. Wie schnell der auf Touch Eingaben reagiert. Gar nicht laggy. Und definitiv überzeugend. Man muss das natürlich mal erfahren. Ja. Erfahren muss man dann auch hier. Wie sind die Sitze zum Beispiel. Ähm. Ich finde. Das sind Sitze. Die passen wirklich auch breiteren Menschen. Ähm. Anderes Beispiel ist zum Beispiel der Mini Cooper. Da muss man ja schon ein bisschen schmaler sein. Damit es da richtig passt oder so. Hier. Ähm. Fehlt mir persönlich. Mit meinen. Ähm. 70 Kilo knapp. Und 1,75 Körpergröße. Übrigens 1,75 hier. Da oben. Aufgrund des Daches. Ist es tatsächlich hier an der Seite schon. Mit dem dicken Holm hier. Ein bisschen eng. Seht ihr. Aber egal. Ähm. Mir fehlt tatsächlich hier schon so ein bisschen Seitenhalt. Muss ich sagen. Da bin ich mal auf den. Auf die Rennsemmel vom EV6 gespannt. Aber. Sie sind sehr gemütlich. Straff. Tatsächlich straff. Ähm. Man fühlt sich hier nicht. Ähm. Wie in so einem Sofa. Aber. Tatsächlich auch. Irgendwie. Großzügig. Möchte ich sagen. Also. Es ist schon fast wie so ein Sessel. Ich. Finde es sehr 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 gemütlich. So. Dann möchte ich euch nochmal eben was zeigen. Zum Thema. Fahren. Rennen. Auch wenn ich das Fahrzeug. Weil es noch nicht angemeldet ist. Noch nicht fahren kann. Aber. Ihr seht jetzt hier den Hauptscreen. Ein. Wenn ich die halte. Kann ich in den Snow Mode rein gehen. Auch das. Sehr sehr interessant. Ja. Ansonsten. Ähm. Habe ich oben. Zum Durchschalten. Fahrtinfo natürlich. Hier das Navigationssystem. Wenn der Navi. Ähm. angeschaltet wäre. Info ist der Reifendruck meistens. Hier und das ist halt. Ähm. Ich kann hier eben einstellen. Ähm. Was möchte ich machen. Ähm. Abstandsradar. Wie groß soll der Abstand sein. Das kann ich dann alles hier einstellen. In dem Monitor. Aber. Sonst. Keine Fragen. Ich finde es sehr aufgeräumt. Und der ganze. Screen hier. Ist auch leicht gebogen. Das ist zum Beispiel beim Ionic 5 nicht der Fall. Sehr sehr gut ablesbar. Und ich. Wie eingangs schon gesagt. Finde ich das. Sehr schön. Dass der Rahmen darum schwarz ist. Zur Materialauswahl. Hier oben. Das ist irgendwie. Das ist ja keine Carbon Optik. Aber. Ähm. Es ist. Fühlt sich gut an. Es ist nicht billig. Absolut nicht. Wir haben dann im unteren Bereich hier. Klavierlack natürlich. Wir haben hier unten natürlich. jede Menge Klavierlack. Da wollen Hersteller einfach nicht drauf verzichten. Hier. Das hier ist. Ähm. Ja. Kunststoff. Ähm. Mit. Mit einer Aluminium. Beschichtung drauf. Ne. Aber man hört es. Dass das kein echtes Aluminium ist. Man merkt es auch. Es ist nicht so kalt. Wie man es erwartet. Im hinteren Bereich. Hinter dem Display hier. Hartplastik. Hier. Hört ihr. Ne. So. In der Tür. Hier. Weich. Hinterschäumt. Also das ist weich. Kann ich auch den Finger. Ja. So. Ähm. Hier wieder Aluminium Einleger. Ähm. Und das. Das ist das gleiche Scheiß. Entschuldigung. Ähm. Wie es VW macht. Ähm. In der Tür. Wo man die fettigen Hände drauf ablegt. Klavierlack zu machen. Ist echt ungünstig. Sorry. Aber das ist ungünstig. So. Soviel dann jetzt hier zum Thema Innenraum. Ich hoffe ich habe euch da ein bisschen was näher bringen können. Ähm. Wie gesagt. Gefahren wird das Fahrzeug sicherlich auch irgendwann. Aber da bin ich schon wieder in Berlin. Und dann ist zum Beispiel ein Dennis Vitus vor mir dran. Aber so ist es immer. Ich will euch mal eben noch den Frunk zeigen. Dazu muss man nicht lange nach einem Taster suchen. Sondern so wie man es eigentlich vom Verbrenner kennt. Ist hier ein Hebel. Ihr habt das Geräusch gehört. Dadurch öffnet sich dann der Frunk. Und da gucken wir mal eben rein. Wie gesagt. Das ist ja hier der Rearview Drive. Und somit hat er ein bisschen mehr Platz vorne im Frunk. Als es beim Allrad ist. Die Kiste kennt man. Da steht zwar EV6 drauf. Aber es ist eigentlich identisch mit dem Ioniq 5. Das heißt hier unter verbirgt sich dann zusätzlicher Stauraum. 56 Liter. Und er ist sogar beleuchtet mit einer LED Leuchte. Auch das gar nicht so verkehrt. Gerade im Dunkeln wenn man mal das richtige Ladekabel sucht. Nämlich genau dafür ist das da. Einfach Ladequipment hier vorne mal rein zu schmeißen. Und dann eben wenn das Urlaubsgepäck hinten überall drin ist. Nicht unter der zweiten Ablage zu versuchen das Kabel rauszuziehen. Nein. Die sind dann alle hier drin. Und haben jede Menge Platz. Ansonsten Haube von innen nicht lackiert. Killer Kältemittel. Ja und ansonsten alles recht zugänglich. Nicht voll verkleidet wie es zum Beispiel beim Tesla ist oder so weiter. Ja weiß ich auch nicht. Hätte man vielleicht machen können. Das wären hier unten rechts und links einfach zwei Ablagen. Aber auch so in Ordnung. Und natürlich. Ja hier. Da haben sie nämlich auch gelernt. Es gibt wieder Haubenlifter. Ja. Die haben sie ja beim eNiro und beim Sol und bei den Hyundai Fahrzeugen weggelassen. Ähm. Warum auch immer. Man weiß es nicht genau. Ähm. Jetzt sind sie wieder da. Freut euch. Party. So. Und das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Und das möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Die eGMP Plattform hat einen großen Vorteil. Und das ist die Möglichkeit, dass man eben den Strom auch aus dem Fahrzeug abgeben kann. Und das kann natürlich auch der EV6. Und dazu möchte ich mit euch mal eben die Steckdose angucken. Die sich hier unter der Sitzbank befindet. Ähm. Die lässt sich einmal hier auch locken, damit da Kinder nicht reinfassen. Weil. Das seht ihr vielleicht, wenn ihr hier so ein bisschen drauf guckt. Maximal AC 250 Volt bei 16 Ampere. Kinder. Das sind mal eben 4 KWs, die dann bei Bedarf rauskommen. Damit könnt ihr sonst was antreiben. Ähm. Das ist schon nicht ohne, ne. Also. Das muss man sich mal eben auf der Zunge zergehen lassen. Ähm. Heidewitzka. So. Und. Die Frage, die dann noch übrig. Übrig. Übrig ist. Das ist. Hat er ihn. Oder hat er ihn nicht. Und ich kann euch beruhigen. Er hat ihn. Der Adapter. Der ist nahezu. Ich würde sagen komplett identisch mit dem des Ioniq 5. Wenn es jetzt hier hinten blinkt. Was ihr hier seht. Dann heißt das, dass er auf Bereitschaft ist. Dazu habe ich dann hier vorne einen Knopf. Den drücke ich. Oben geht das Lämpchen an. Zack. Und dann könnt ihr nämlich zum Beispiel auch das elektrische Mietfahrrad hier von Autohaus hinter laden. So. Ähm. Das zeige ich nochmal eben. Weil jetzt ähm. Geht das Display eben aus. So. Jetzt mache ich nochmal an. So. So sieht man es am besten glaube ich. Da. Da lädt er. Seht ihr ne. Und das ist natürlich eines der ganz großen Vorteile hier an der EGMP Plattform von Hyundai. Auf der Kia ja auch aufbaut. Ihr könnt eben alles an Equipment dran betreiben. Die einen nehmen eine Kaffeemaschine. Die anderen nehmen eine Mikrowelle. Ne. Grüße an den Herrn Bloch. Und ich sage mir einfach mal. Ja. Ich habe schon ein Waffeleisen dran betrieben. Ne. Ihr kennt das Honda e-Video vielleicht von mir. Und ich finde so eine Gimmicks absolut cool. Weil das sind eben die Vorteile eines Elektroautos. Die man mit einem Verbrenner niemals haben wird. Gut. Soll es jetzt schon von mir gewesen sein hier. Zum Thema EV6. Ein kurzer Überblick über das Fahrzeug. Ähm. Ich habe glaube ich ganz vergessen zu sagen. Von 0 auf 100 mit den 229 PS. 7,5 Sekunden. Nur. Damit ich es mal gesagt habe. Interessiert keine Sau. Aber. Ich habe es gesagt. Ansonsten. Wenn. Ihr euch für den Kia EV6 hier entscheiden solltet. Oder interessieren solltet. Kann ich euch nur empfehlen. Geht zum Auto aus Hinte. Die haben jede Menge hier in Bremen vorbestellt. Von den Fahrzeugen. So dass sie dementsprechend auch vielleicht nicht ganz so die langen Lieferzeiten haben wie andere. Die sind da wirklich in Vorleistung getreten. Und wenn ihr euch dann noch Gedanken macht über eine Wallbox oder eben andere Ladeinfrastruktur. Dann kann ich euch beruhigen. Hier in Bremen sind wir wie eine kleine Familie. Und deswegen gibt es vom Auto aus Hinte eine Kooperation mit Store in Charge. Ihr habt den Einleiter hier vor dem Video laufen sehen. Das heißt Store in Charge und Nissan. Ich sage mal Nissan Outdoor aus Hinte heißt das. Die arbeiten zusammen. Früher war es nämlich ein Nissan Händler. Inzwischen sind sie Kia. Citroën haben sie hier. Und. Was war das dritte? Ich habe es vergessen. Es sei mir. Ist ja auch egal. Sie haben nämlich den EV6. Und darauf kommt es an. Und wie gesagt. Mit Store in Charge können sie euch dann gleich auch die richtige Ladelösung mitgeben. Und. Wenn das keine lohnende Kooperation ist. Dann weiß ich auch nicht. So. Soll es gewesen sein. Denkt bitte dran. Ab in die Kommentare. Wie ist eure Meinung zum Kia EV6. Ich finde ihn tatsächlich. Sowohl von der Optik. Als auch von der Haptik. Und der Qualitätsanmutung im Innenraum. Dem Ioniq 5 tatsächlich etwas überlegen. Das liegt daran. Dass die Kunststoffe vielleicht dunkel sind. Und dementsprechend ein bisschen höherwertiger aussehen. Als das Grau bei einem Ioniq. Ich finde aber auch. Aufgrund der Karosserieform. Und auch der Farben. Dass das ganze gefälliger ist. Den Ioniq 5. Den kriegt ihr auch nur gefühlt in so einen sehr speziellen Farben. Das ist beim EV6 natürlich nicht der Fall. Und. Ich möchte auch mal eben sagen. Dass ich die ganze Karosserieform hier definitiv ansprechender finde. Das liegt einfach daran. Dass man hier eben nicht so. Wie auf so einen. Seid mir nicht böse Ioniq 5 Fahrer. Auf geblasenen Golf sitzt. Also für mich ist der Ioniq 5 optisch mega. Er ist einfach nur eine Nummer zu groß. Ich hätte ihn mir sehr gewünscht in der ID.3 Größe. Da spielt eben der EV6 gar nicht. Der will gar nicht irgendwie aussehen wie ein Kompakter. Der sieht aus wie ein großes erwachsenes Auto. Und das darf er definitiv auch. Gut. Also. Eure Meinung zählt. Ab in die Kommentare. Daumen hoch. Daumen runter. So aber. Dass ich damit arbeiten kann bitte. Und ansonsten natürlich nicht vergessen den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen aufs nächste Mal. Ciao.